Sabine Fernandes ist eine deutsche Schauspielerin. Nach dem Abitur in Kiel wurde sie an der Hamburger Stageschool of Music, Dance and Drama in Gesang, Tanz und Schauspiel ausgebildet und spielte an verschiedenen Bühnentheater. Im Jahr 2003 begann ihre Arbeit als Film- und Fernsehschauspielerin. Von 2004 bis 2008 studierte Sabine Fernandes Germanistik, Romanische Philologie und Pädagogik an der Universität zu Köln und schloss ihr Studium dort mit dem Magistergrad ab. Von 2006 bis 2013 war Sabine Fernandes in der Seifenoper Alles was zählt bei RTL zu sehen. Dort spielt sie die Nebenrolle Konstanze Hipp. Im Kurzfilm Waldemar verkörperte sie die Rolle der Mutter. In der Serie Alarm für Cobra 11 Die Autobahnpolizei spielte sie in der Folge Das Ende der Welt die Rolle einer Ärztin. Außerdem betätigt sie sich als Moderatorin bei Veranstaltungen und war als Synchronsprecherin im Bereich Hörspiel und Film tätig. Filmografie 2003 Berühmt wie Der Mond 2004 Alarm für Cobra 11 Die Autobahnpolizei Wer winnt seht 2006 zu 2011 2013 2014 Alles was zählt als Konstanze und Corinna Hipp 2007 Waldemar 2009 Alarm für Cobra 11 Die Autobahnpolizei Das Ende der Welt 2010 Parallelparty αυτier ist das Ende des Metáines und Krieger Shineregistrade 1950 20 20 21 21 20 21 你們 21 21